so und das sind wir wieder die kassandra ist ready to fight schauen wir mal mit dem adler so ein schönes geschwaber 1 2 3 4 schlafen wolf ist auch irgendwo in der nähe brauchen wir noch mal fürs feld wir haben ein wolfsfeld abgeschlossen sehr gut mal lakker maranda komm mal oh ne jetzt kommt der hund auch wieder ja 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 komm mit komm mit so oh ja schaa hm ja 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 Nice! Das Kild ist echt nice, ne? Suchen. Nein, nicht aufheben. Lass ihn liegen, lass ihn liegen. Braucht man nicht. So, mal locker. Suchen. Ach, schau. Das Banditendagger abgeschlossen. Ja, da warten muss man ja die Fragezeichen noch mal. Chris. Ja, wer ist denn da oben? Guck mal schneller, Vogel. Icarus, Icarus. So, jetzt haben wir das erledigt. Okay. Was ist denn das da? Komisches Lager da? Keine Ahnung. Ist das das Banditendagger oder so? Genau. Oder ist denn ein Hund da, oder? Ah, hier mit Problemen. Ah, ja, ja, ja. Verdammt. Da schnell drauf. Wo ist denn der? Lauf, 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 lauf. Schnell, schnell, schnell. Weil er die ganzen Leute auffrisst. Der Scheiß-Wolf oder so, Hund. Ei, ei, ei. So. So. Ei, ei, ei. Oh, lacker. Neue Gravur freigeschalten. Okay. So, Leute, ich bin hier. Ist noch wer am Leben? Hallo? Hallo? Alle tot? Hallo? Lacker? Ich glaube, wir sind zu spät gekommen, ne? Verstand. Mal meditieren. Ich glaube, das ist blöd gelaufen. Das Kokel. Das wird keiner mehr brauchen, ne? Anscheinend. Ah, doch. Ich will ins Gemüse reintreten. So. Aber nichts mehr jetzt verloren, ne? Ja. Wir müssen mal schauen, besser. Nicht mehr verfolgen, keine Ahnung. Wenn wir schon mal hier sind, ne? Ich wollte Pferdchen rufen. Los! Und Vogel aktivieren. Ah, okay. Banditos. Schatz, markiert. Na los! Ella! Vorsichtig. Niemand darf mich sehen. Hm. Schleiche an der Wand. Zeige nicht schon. Stöhner und lauter herum, ne? Hallo? Ist da jemand? Ja. Ja. Licht ins Dunkel. Jawohl. So. 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 Schauen wir uns die Lage an. So. Da haben wir ne Höhle. Da haben wir gar nichts noch. Okay. Wir machen diesen. Hey, was machst du denn? Mach das da. Stufenaufstieg. Sexy. So. 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 Aufheben, hochgehen, hochgehen. но noch was印象 scream. Okay. Okay. Wir haben ja was schönes. Was haben wir denn da? Ein Stufe 6 Bogen. So, Bogen haben wir auch noch. Was ist da? Ah, gut genutzt. So. Okay. Guck mal. Da haben wir jetzt alles, oder? Klingeln da oben, ne? Da lassen wir mal drauf kurz, ne? Ah, okay. Jo, Kassandra, weiter, ne? Schauen wir mal. Quests. Wir haben da. Einen Bogen haben wir da. Na, siehst du? Nehmen wir gleich den da, ne? Hm. Du weißt. Schauen wir mal, wenn der nach ist, ne? Loke 5. Zerlegen. Die brauchen wir auch nicht. Weg damit. Söldnergürtel. Hm. Der hat Krit retten. Wir haben einen 10er drauf. Okay. Der hat sich somit erledigt. 9. 75 hat die. Fähigkeitspunkten. Hm. Hm. Jetzt können wir zweimal den Kettenangriff machen, ne? Dreimal. Das klingt gut. Jagen. Da müssen wir jetzt auch scannen, ne? Raubtierschuss. Zack. Das können wir sniper, ne? Ah, okay. Snipern. So. Gut. 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 Jetzt haben wir einen Sniperblick. Sehr gut. Aber wie machen wir Bögel? Das ist ab. Wichtig, ne? Wo wollten wir eigentlich hin? Ah, hier. Bekannter Ort. So. Mach deinen Saltos. So. Seid ihr nicht verfügbar. Schade. Aber jetzt, ne? Sexy. Sexy. Auf wieder. Komm schon, komm. SC, family. Komm schon, ichoskek. Oh, komm schon. Komm schon,hassiers. Shut. Oh ja. Na. Grund hier euer schreint Herr Professor. Da müssen wir mit dem Geier fliegen. So. Schön rein da. Und gewingen. Schatz. Ach du Scheiße. Baby Bob. Kommt hier. Uiuiuiuiuiui. Papier. Knöllchen. Da. Da. Ich glaube nicht, muss es sein. Ja, ich würde sagen, wir starten die Mission dort hinten. Ja, warum wird denn jetzt immer das Königsding da auseinander, ne? Im Palast. Odysseus, okay. So, Odysseus ist da, sag ich, über Odysse gelesen war, okay. So, schauen wir mal rein da. Okay. Cash, 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 cash. So. Das nächste Gen war... So, bleiben. Einer ist draußen. Zwei sind drin. Okay. Okay. Lass uns so mal ran da, ne? Hopp, hopp, hopp. Ja, was machst du denn, Mädel? Komm. Hm. Okay. Bisschen Höhe gewinnen, ne? Jetzt will ich den Köter loswerden da. So. So. Hm. Hä? Schnauze. 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 Ich hab' da auch, was ich hab' dann. Ich hab' die Schnauze vor vielleicht. Ich war mir so sicher, dass ich was gehört habe. Wo kam das gerade her? Komm her. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Hoppala. Futsi. Da ist sie. Ich bin dich doch sowieso. Hoppala. Das dauert nicht lange. Das reißt mich von Hocker. Finish. So, haben wir es jetzt? Wo ist denn der Hund jetzt? Den Hund? Bin er dran? Oh Mann. Komm her da. Power Ranger. Hey! Du bist zum Tod! Was machen wir das? Wo ist denn der Hund schon wieder? Ich kann den Hund nicht erschießen. Endlich Adler starten Da ist die Truhe Okay Lasst los, lasst los, lasst los Lasst los Feuer Gefährlich War locker Feuer Auf da Ich nicht So Klasse Geht einmal nach Sie Geht mir Deckung Was ist das? Was ist das? Denkst du bitte Was ist das? Geht mal nach Sie Neue Schuhe So Wo legt mich jetzt aus? Ja stecke auf Adler Ach nö Nicht abstützen jetzt Okay Wir sehen uns gleich So Und das sind wir schon wieder Ich habe kurz müssen den Spielstand neu nachspielen müssen Und Ja Sagen wir mal wieder Ich habe jetzt alle gequillt So Wieder Freie Bahn Machen wir uns die Kiste Schön scannen Da liegt was Jetzt nehmen wir alle schnell mit wieder Na Wir haben nie genug Hand davon Und zurück Das andere ist richtig süchtig danach Das Schauen wir mal an Da ist eine Kiste Und 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 Schuhe Okay Somit haben wir das abgeschlossen Prodüses bar last Sehr gut Schon wieder raus So Gehen wir rauf da Hopp 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 Okay Okay Drüben ist noch eine Quest Schauen wir mal gleich rüber Hopp hopp Ist geblinkt Gechinkt Klingling Ah hier Alles schön mitnehmen Alles cash in the dash Schaut aber schön aus Das spürt Schauen Suchen Nein Hier was Nein Können wir Ah ein Gefangener Verschwinden wir von hier Kannst du kämpfen? Aber natürlich Okay Danke Kaum zu glauben, dass sich diese Malakkes an mich anschleichen konnten Ithaka ist ein gefährlicher Ort, wenn man allein unterwegs ist Du bist auch alleine unterwegs Du hast recht Ich kann nicht allein gegen ein Lager voll Banditen kämpfen Hilfst du mir zu Odysseus Palast zu gelangen? Ich bezahle dich Ich bringe dich zum Palast Nun, dann habe ich Glück Wie soll ich dich nennen? Kassandra Kassandra ist so Großen Odysseus Bisse Was willst du denn da oben? Ich bin eine Nachfahrin von Odysseus Ich bin auf Pilgerreise Du bist eine Nachfahrin des früheren Königs von Ithaka? Und des Mannes, der das trojanische Pferd gebaut und den Kyklopen besiegt hat Der bis zum Land der Lotuseser gereist ist Um den es in der Odyssee geht? Ja, bin ich Warum? Du bist nicht die Erste, die das behauptet, mehr nicht Nun, ich muss meine Abstammung wohl nicht beweisen, um zum Palast zu kommen Wir sollten zum Palast, solange wir können Das Spiel ist lang zu Abstürze und was sind das immer? Sind zu sexy? Aber naja, das wollen wir dann nochmal Hier werden sie besonders wachsam sein Das ist er? Das sind nur Trümmer Was hast du erwartet? Ich weiß nicht Etwas größeres? Meine Eltern nannten mich Odessa Nach dem großen Odysseus Ich dachte, wenn ich herkomme, könnte ich ihn besser verstehen Und? Tust du? Ganz und gar nicht Bring mich zu meinem Boot Stopp bezahlen Ei, ei, Captain Ui, hoppala Ein bisschen Bochert, ne? Die Bochert der Kassandra Na? Läuft wie das komisch durch den Busch oder so? Ach nur Er ist da Na, doch nicht Und tschüss Hier, das ist für dich So eine Enttäuschung Wieso ist dir dieser Palast so wichtig? Machst du Witze? Odysseus hat hier gelebt und geherrscht Er entschied den Trojanischen Krieg Er entging Charybdis und Scylla Er hatte alles Loyalität, Liebe, Kampfgeist Und er hat die Aufmerksamkeit der Götter erregt Das brachte ihm viel Ärger ein Und machte ihn zur Legende Was? Können wir jetzt eine Beziehung da drauf anlegen? Warte mal Warte mal Na klar Schön, da bist du hässlich, ne? Schön, da bist du hässlich, ne? Es gibt noch ein paar andere Wörter, die zu dir passen würden Da bin ich ja mal gespannt Wie wär's mit Wunderschön Das passt sogar noch besser Die anderen verrate ich dir später Ich hoffe, später kommt bald Also, was denkst du? Ich glaube, ich war vorher viel schlechter gelaunt Es gibt so viel, wonach ich mich sehne Um Odysseus Größe zu erreichen Wo soll ich da anfangen? Wenn du Odysseus Größe suchst, musst du es auf deine eigene Art schaffen Er war berühmt für seine Gerissenheit Was hast du schon erreicht? Ich bin den ganzen Weg hierher gereist Zu den Ruinen von Odysseus Leben Nicht um dein eigenes zu leben Ich sollte es besser wissen, als den Rat von Söldnern zu suchen Lass mich Oh weh Rein Spatzi Oh weh Die wollten mir jetzt ein bisschen Zärtlichkeiten austauschen mit ihr Komma Jetzt so ein bisschen Geld Wo ist mein Geld jetzt? Hallo Geld Da Jetzt geht's mir besser Okay So Jetzt haben wir das ab Gearbeitet Ab 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 So Abgehakt 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 Wer war denn da? Was von Freunden? Ich hab sie mir anzeigen gelassen Hm Keine Fotos Keine Fotos Keine Fotos Fotos von Freunden Nicht abgeschlossene Orte Ähm Role Bröwe 6 Brennfieber Schmied da machen wir einen schnellreißer schauen wie das funktioniert geht das nicht geht das jetzt super schnellweise was nicht funktioniert naja dann müssen wir mit dem boot rüber ich blut schon wieder was ist denn das für fahrer und drüber beschleunigen der zieht ja richtig gut loslassen kommandante sami ich frage mich ob wir diesen ort ohne schlägerei verlassen werden wem mache ich was vor sami wird sich nie ändern ich hätte wissen müssen dass du es bist der die fälle will los und ich hätte wissen müssen dass du sie mir besorgen kannst kassandra erfüllt jeden auftrag sag's nicht marcos sonst wird er eifersüchtig ich benutze den aushang damit alle eine chance haben aber du bist immer so eifrig wozu brauchst du die fälle diesmal die athena brauchen rüstung für den krieg guter schutz für sie gute drachmen für mich hier sind sie es fehlt kein einziges und das in rekordzeit nimm dein geld du hast es verdient halte ich aus ärger aus ilos das solltest du besser auch ok seltene arbeit erledigt wenn wir schon mal hier sind bist du auf der suche nach etwas bestimmtem ohja bessern oh das kann man verbessern nice jetzt kann man noch mal was reingauen ok 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 Fälle haben wir Eisen haben wir auch genug ok ok was haben wir da noch ja nice und es sind oh es geht die wir schon die cash geht die tash na oderwisch warte mal hm 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 wir kaufen Diekenschwert brauchen wir nicht weg. Da lassen wir überall eins drinnen, so. So. Wie fünf haben wir da? So. Das weg. Mhm. Atem detachieren. Ah, okay. Seltener Gürtel. Den lassen wir mal. Lunter verkaufen. So. Dann haben wir wieder Cache in detach. Äh, ausfüllen. Ich danke dir. Gehen wir in die Hucke? Hm. 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 Das wollte ich schauen. Hm. 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 Dann hab ich mehr erwartet. So. Schade. Pisch. 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 Ein. Amen. Ach. American Cache. Ein. B Virginia Cache. Ok. Lacka, lacka, schacka, lacka. Warte mal. Weg. Muss da rüber. Arriba, arriba. Oh! Ah! Nein! Oh, ja. So. Und jetzt Schub. Mit diesem Boot sollte ich nicht weiter raussegeln. Drum. Ach du Scheiße. Schaut mit Segel aus. Ithaca, ne? Sind die Titel gewesen? Warte, da. Zirka. Müssen wir in die Ziege drin und müssen es lesen. Für das Wechsel, ne? Äh. Warte mal. Okay. Okay. Das war, okay. Voll in die falsche Richtung gerudert, ne? So, jetzt aber. Biss in die Richtung geworden, ne? Ja. Aber, das sehen wir. Das nächste Mal. Okay. Da hin. Ciao, ciao, ciao. Stay Prella. Ikthaca. Vielen Dank.